Ja, halli hallo, wie geht's denn so? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Eltenring. Äh... Es hat sich so einiges getan. Ich hoffe mal, dass die Aufnahmen jetzt besser werden. Und dass ich irgendwann vielleicht sogar anfangen kann, per Kopf zu... äh, mit einem Gesicht zu streamen. Ja, soviel dazu. Äh, folgend... Hoch, mein Mikro. Folgendes letzte Folge. Äh, gab's sehr lange Wartezeiten, was das Laden betrifft. Und in dem Moment, wo ich die Aufnahme beendet habe, habe ich plötzlich in OBS gesehen, dass ein Ladebildschirm kam. Was ist letzte Folge passiert? Wir haben mit ihm gesprochen, er hat uns die Truhe geschenkt. Und ich tue mal so, als hätte ich mit ihm noch nicht gesprochen und setze mich noch mal ans Feuer. Äh, ans Feuer. Äh, an den Gnadenfurz. So. Äh... Da. Äh, hier. Jo. Halli hopp. Genau. Flaschen. Äh, lass ich so. Gut. Na gut, den Moos nehme ich... Was war denn das? Den Moos nehme ich mal noch mal mit. Äh, ja. Ich versuche mal einfach vorbeizuschleichen. Vielleicht klappt das ja bei weiß. Na? Gleich, wenn er vorbeigeht. Jetzt. Hat es geklappt? Es hat geklappt. Sehr schön. Also, reden wir mit ihm noch mal. Oh, wirklich? Well, das ist preislich. Hmm. Okay. Ey, was soll das denn heißen? Hmm. Wow, eine Truhe. Ich mach die mal auf. Mal gucken, was da drinnen ist. Oh, nein. Gefangen in einer Transporter-Falle. Patches, verflucht seist du. Oh, Perry, das Schnabeltier. Meine sincerest Gratitude. Ich dachte, ich hätte das Ding nicht öffnet. Du bist der beste Kunden, der ein Land hat. Ach, du kleiner Strischer. Ach so. Du kleiner Strischer. Äh. Was? 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 Oh, mein Himmel. Wo bin ich? Ah, da ist eine Karte. Okay. Was zur Hölle? Sind das Bären? Warte, wo bin ich überhaupt? What? Yo. Ach, du kleiner Str... Nein. Kuh. Ach, du kleiner verwedelter... Stinker, du. Alter. Okay. Alter, nee. Okay. Da ist noch ein Bär. Was ist denn das da hinten? Da leuchtet irgendwas. Äh, okay. Da ist... Da ist eine Hütte. Oder so. Keine Ahnung. Äh. Yay. Karte gefunden. Äh. Ja, in dem Karlo-Osten. Ah, ja. Okay. Äh. Ich bin in dem Wald. Da ist ein Gebäude. Ich geh mal da hin. Vielleicht gibt's da was. Uh. Oh. 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 Okay. Ähm. was zur hölle moment ganz kurz ja meine güte ein moment mein ding macht gerade geräusche was geht jetzt ab ok ja patches nein patches du kleiner stricher ok oder den da ist ein käfer da ist ein käfer habe ich die glocke gehört das ist das ding glaube ich ok das sind zwei solcher dinger niedriger erdenbaum der hier ist das so ein goldner baum bevor ich irgendwo hin rennen und verrecke suche ich mir erst mal einen gnadenflug blöden am sie oft ok ok ach du heilige was oh mein gott wo geht es hier runter hallo was zur hölle was zur hölle bin ich hier was zur hölle ja gereist wird zum mittelpunkt der erde würde ich mal sagen oder moria keine ahnung es sind beiden das ist das ist magischer warsch ok alles klar ja ein erdenfurz irgendwo am pop oder welt alter schwede alter schwede joh 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 ok erst mal hier ja ja äh ne sichern so position ist gesichert ach ach du heilige wie ich denn hier aha ich komme mir vor wie ein härter ring oder so was ist das hier ach so das ist einfach ok das ist einfach eine laterne also ein äh ja eine kerze das wäre ein item ähm will ich oh man will ich mich hier um ah ein herber nein was taupe netzte herber ah ok ähm inventar nein wo war das findet man in der ewigen stadt und ihrer umgebung ok ein kraut das in der falschen nacht der ewigen städte und ihrer umgebung blüht aha die pflanze ist mit arkanem tau gedrängt und leuchtet ein wenig wie die sternen ok was ist das ah ok so viel ok habe ich eine fackel nein ähm ähm äh ok folgendes ich nehme mal die fackel oha ich komme ich mir vor wie ein ideaner jones oder so zweimal ok ok wow aha dankeschön ist das ein baum nennt es ist eine säule auf stein ok ok ja dann schauen wir uns doch mal hier um wenn wir schon mal hier sind äh nein 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 erschreckt mich doch nicht so ich hoffe das gebiet ist nicht zu high level für mich welche stufe bin ich noch mal 21 genau ok ok geschmolzener pilz ok aha ein pilz in der falschen nachteiligen stadt und ihrem geben wächst eine zähe flüssigkeit die sich wie öl verhält tropft ständig von seinen lamellen aha was sind das für viele dinger bevor ich da lang gehe gehe ich woanders lang und sammle items am besten dankeschön vor allem ja gut wir haben gerade leben gesehen also glaube ich haben die hier das feuer angemacht ich glaube ich höre einen skarabios ich glaube ich höre einen skarabios ah ok ok so viele pflanzen ich hoffe mir das sind alles heilpflanzen silbernes glühgümmchen fünf stück ok es geht nur da lang weiter alles klar ok dann mache ich erstmal ein level up und schaue gut also wie wollte ich das machen ich habe genug für ein level up ok ich habe genug für ein level up ok wollte ich alles auf 14 machen ich weiß nicht mehr ich mache mal hier geschickt auf 14 so nein oder war das glaube okay ich weiß nicht mehr Vielen Dank. Vielen Dank. Oder? Na, hallo? Achso. Nee, glauben. So. Aha, danke schön. Ist es gerade heller geworden oder kommt mir das nur so vor? Äh, die Pflanzen sammle ich nicht nochmal ein, das ist nur Zeitspiel. Oh, hier war ich noch nicht. Oh. Okay. Mach mal die Facke aus. Um sicher zu sein. Nein. Ähm... Ich weiß jetzt nicht, wie stark die sind. Kann ich... Ich kann mein Pferd rufen für alle Fälle. Habe ich noch Rufmesser? Ich habe noch Ruf... Dolce 9. Ich hole mir mal ein oder zwei. Okay, interessante Musik. Ja, komm her. Ach, du heilige. Oh Gott. Die sind ja stark. Und langsam. Also sind die vielleicht stark. Oh Gott. Oh. Wir können das Kühlwümpchen. Okay. Äh... Die sind stark. Das ist noch ein bisschen zu früh für mich. Also gehe ich mal wieder. Äh... Und genieße vielleicht doch mal, weil das so schön war, die... Die Fahrstuhlfahrt nach oben. Oder ich mache es nicht, weil oben ist kein Dings mehr. Okay. Äh... Hä hä. Oh je. Ähm... Halt. Geh. Kann ich reisen? Ich kann reisen. Sehr gut. Ach stimmt, ich kann doch reisen. Dann nehme ich wieder die Fahrstuhlfahrt nach oben. Okay. Die schöne Ruine merke ich mir dann mal hier. Wie ist das Ding nochmal? Boden... Boden... Aha. Wow. Schon schön. Jo, kann man da hin etwa auch noch? Okay. Warte mal, wie viele Rune hat mir das Ding gebracht? Keine Ahnung. Hab nicht darauf geachtet, leider. Entschuldigung. Hier, wie viel Stärke habe ich? 12. Mhm. Gut, okay. Ich könnte ja nochmal ein bisschen mehr in den Wald erkundigen, wenn ich mal hier bin. Reikäfer? Okay, was ist der Haken? Nein. Mann. Was ist der Haken hier? Hier. Ah. Und eine Menge Röllenplumen. Halli, hallo. Oh. Okay. 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 Die sind alle zum Baum gerichtet. Okay. Yeah. Goldschimmernder Kot. Mein Lieblingsding. So, was haben wir denn hier? Gesprungene Stacheldräne. Grüne Kristallträne. Okay. Ich bin als neigemisch. Kurzzeitiger Ausdauerschub. Oh, ich bin als neigemisch. Verbessert aufgeladene Angriffe kurzfristig. Okay. Eine Kristallträne, die langsam im Laufe vieler Zeitalter dort heranwuchs oder Segen des Erdenbaums auf den Boden fiel, kann in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden. Das resultierende Gemisch erhöht kurz eure maximale Ausdauer. Oh. Keineineine. Das resultierende Gemisch erhöht eine bestimmte lang die Kraft aufgeladene Angriffe. Oh. Kann man sich eigene Tränke brauen? Das ist ja cool. Oh oh. Nein. Mission Failed. Yes. Hat er mir jetzt wohnen gebracht? Ich weiß nicht. Nein, die Karabinen sind ja alle... Okay. Die sind gesammelt. Ähm. Gut. Das war der. Ja. Okay. Das war der. Das war der. Leider füllen die keine Tränke auf, aber ich glaube, das wäre sonst viel zu OP. Ist das Stein? Nee. Au. Na, wozu geht's auf? Okay. Okay. Ah, ja. Das Ende der Welt. Ist das echt das Ende der Welt? Scheint so. Okay. Oh, hier ist noch irgend so ein Ding. Warte mal. Ach so, da war ich doch gerade. Ja, ja, nee. Okay, alles gut. Gut. Das waren die Skaraberen. Okay. Was haben wir da? Okay. Was haben wir da? Was haben wir da? Oh, hier ist noch ein Stand. Okay. Da gehe ich gleich mal runter. Gleich. Ja, mein Pferd. Ist sofort gekommen. Was ist das hier? Okay, scheint kein Gegner zu sein. Untersuchen. Hoch. Rage. Oh, okay. Oh. Toll. Ein Bär. Noch ein Bär. Der Bärenwald. Alles klar. Den schimmernden Kot nehme ich später. Da liegt aber ich auf dem Weg. Okay. Äh, ich will nicht zu gierig sein. Ich warte. Okay. Okay. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Da sind wieder Fledermäuse. Da ist gut. Jetzt muss ich da hin. Okay. Okay. Oh, muss ich da hin? Nein. Okay. Okay. Okay, Wölfe. Eine Ruine. Ah, nein, Mann. Ich drücke mal G. Oh. Eine Marika-Statue. Alles klar. Okay. Ah. Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ist das? Okay. Okay. Ah, ein Schädel. Noch ein Schädel. Okay. Ist das ein Bison oder ist das ein haariger Bär? Ich kann das nicht ganz erkennen. Ist das ein Wolf? Nee, als ob. Dankeschön. Für die Runen. Das ist ein Bär. Und da geht's rein. Dahin gehe ich mal nicht jetzt. Das ist mir zu gefährlich. Ich komme hier in den Wald später nochmal wieder, wenn ich ein bisschen stärker bin. Okay? Ein ganz kleines bisschen. Ich meine, wenn schon die Ruine da mich mit zwei Schlägen umlegen kann, dann... Das heißt die Ruine, die unterirdische Stadt dort. Dann komme ich doch lieber später wieder. Versprochen. Ach, die... Hallo. Ah, Kriegsasche. Bodenschlag. Okay. Interessant. Hallo, seid ihr böse? Und der ja. Hey. Und ihr? Jupp. Komm, ich kann mal parieren probieren. Also, kontern meine ich. Mann. Nochmal, komm. Ups. Das hat nicht so gut geklappt. Ach, Mann. Ich dachte, der erwischt mich. Na gut, du da. Komm mal her. Nope. Da geht Musik. Wie geht denn das? Moment. Kontern. Das war doch irgendwie... Ne? Äh, wo war das Bild? Ja, hier. Wenn ihr einen gegnerischen Eingriff geblockt habt, könnt ihr sofort einen Gegenangriff ausführen. Mit Abwehrkontern lässt sich die Haltung des Gegners gleich brechen. Nach dem Block eines Eingriffs. Abwehrkontern. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, die Dinger umzuschalten? Die, die... Die Tipps. Hier. Ne. Na hier. Okay. Wie... Dass ich lesen kann, welche Taste ich auf der Tastatur drücken soll. Um... Um... Sachen zu machen. Bin ich wieder am... Baum. Jawohl. Okay. Ach. Wo hier? Äh... Dings. Oh, da. Okay. Gut. Genau. Oh. Hallo. Ach, Mann. Ach, früh. Ah, ja. Ich... Als würde ich Mord rausspielen. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Äh... Ja, ich gehe... Ich reise mal lieber jetzt schon mal zurück. Zu... Nein. Das war die falsche Höhle. Ah, Patches wollte ich sagen. Patches ist aber woanders. Na. Das war nicht die Dings. Das war hier. Genau. Entschuldigung. Ja, genau. Oh, zu früh. Ah, zu spät. Nein, wie geht'n das? Ah. Ich müsste das vielleicht noch mal nachgucken, bevor ich mich selber umbringe. Und mich mal heilen. So, Patches. Erkläre dich. Ja. Oh, wie in blazes? Du bist so жив. Ja. Niedernst du mir wirklich Angst, wenn du wegst in ein Blattstuhl wie das? Wer auf die Erde verwendet ihr Zeit für die Schmuck? Keine Chance, ich könnte erinnern. Ganz ruhig. Du kleiner Stricher, ey. Ich traue dir sowas von überhaupt nicht. Ich könnte Rezepte kaufen gehen. Das mache ich mal, glaube ich, jetzt. Imi, 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 Imi. So. Na gut. naja ich google lieber so was hat du für mich? bolzen nice dankeschön wo ist die fackel? da ist die fackel haja ja 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 da möchte ich mal wieder zum schwert ach komm oh dankeschön ausruhen ich könnte noch mal gucken und ob man noch was zu sagen hat. Nochmal. Aber ich glaube nicht. Mhm. Whatever. Ah, ihr könnt nicht rein. Ah, gut. Ah, gut. Okay. Hallo. Ah. Okay, das heißt, du bist das nächste Mal weg. Dann sollte ich zumindest das Handbuch kaufen. Vorher ganz verschwindet, oder? Okay. Okay. Ja, gut. Okay. Vielleicht das Ding noch für alle Fälle? Ah. Oh, ich kann nur zwei kaufen. Nee, doch lieber nicht. Tschüss, bist du dann ganz weg? Ich bin nicht mal kurz Sparks. Ich bin nicht mal. Oh, das ist nicht. Oh, das ist gut. Oh, Gott. Oh, das ist gut. Oh, ich war'… Oh, ich wurde jetzt nicht mehr. Nö, der ist noch da. Oh. Okay. Ist er jetzt weg? Der ist immer noch da. Oh, ja. Ich bin nicht verabschiedet. Keine Worte. Sie können ihnen nicht mehr schlagen. Ich will sie finden. Gut, okay. Dann bleibt er halt. Geht auch egal. Oh. Kalle, Kirsche. Gib mir deine... deine Rezepte oder was auch immer das war. So. Kann ich reißen? Ich kann reißen. Sehr gut. Jawohl. Hallo. Oh. Oh. Der Haule von einem Wölf. In der Mistwälder. Okay. Ich glaube, er muss immer noch überraschieren. Ich weiß. Warum nicht ihn für dich selbst treffen? Nachdem du den Wölf hörst, mach dieses Signal direkt unter der Sorge. Ach, nicht schreit. Es gibt nichts, was zu gefährden. Ich habe nur ein Hinweis, dass die beiden von dir das wegkriegen können. Okay. Fingerschlipsen. Okay. Ach ja, ich habe doch... Ich habe doch... Ich habe doch... Habe ich nicht ein Rezept gekauft oder so? Knochenbolzen? Okay. Keine Ahnung. Was ist es? Äh... Gib mir. Dankeschön. Goodbye. So, was gibt es Neues? Oh. Essen. Mh... 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 Voltrober. Okay. 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 Scheibe Fleisch. Okay. Erhöht kurz die Robustheit. Geräuschert das Beleben des weißes Fleisch. Hält länger als traditionell gekochtes Fleisch, ist jedoch weniger effektiv. Aha. Okay. Goldner Federtierfuß. Goldrober. Aha. Dass man... Besondere... Seltene Bären dafür haben muss. Okay. Gut. Ähm... Oh, ne. Aber... Wohin ging es als nächstes? In Süden... Ah, ja, genau. Das hier haben wir alles. Hier hin. Genau. Hier haben... Der Sumpf. Der Sumpf. Den hatten wir noch. Wir waren hier. Jetzt... Das da. Schau mir das da mal an. Okay. Ich nehme den Weg zu... Oder? Warte mal. War das der Nebelwald? War das dort der Nebelwald? Das hier der Nebelwald? Ja. Das ist der Nebelwald. Das war das Wolfshaldin. Okay. Geht doch lieber hier hin. Genau. An der Küste? Was? Ruinen an der Küste. Die Ruinen? Da war ich doch... Die Küste meine ich... Da war ich doch vorhin. Oder? Oh, geht es da hoch? Was ist das denn? Was machen die denn hier oben? Wow. Wow. Vielen Dank... Für die... Oh, nen... Wie... Oh, da ist ja noch einer. Vielen Dank, wie lieb von dir. Gibt es ja noch mehr? Oh, es geht hier sogar runter. Oh. Okay, erstmal... Erstmal den Sumpf. Erst... Nein. Ja. Erstmal der Sumpf. Lamp-Lamp-Lamp-Lamp-Lamp-Lamp-Lamp-Lamp. Lamp-Lamp-Lamp-Lamp-Lamp-Pam. Kann ich gleich mal mitnehmen. Shiny. So, wo... Ich war da, jetzt muss ich da hin. Da war ich noch nicht. Die... Ah ja, ich sehe die Dinger jetzt. Äh, hier, die, die... Ja, ich sehe die Dinger jetzt. Ja. Hurra, es hat was gebracht. Nicht richtig. Ach, X kann ich auch drücken. Okay. Eins, wenn wir mal, wie viel? Eins. Oh, da hat ein Überleiter. Oh Gott. Was? Zur heiligen Hölle. Nein. Hat er mich gesehen? Okay, okay, okay Kann ich auf ihm herumklettern? Äh, da liegt Lutz. Ah, vom Drachen verbrannte Ruinen. Alles klar. Oh, ein Schädel. Okay, aber was ist denn dort? Warte mal. Moment. Da ist doch was. Äh. Was ist denn das dort? Alter, ist da halt einfach mal so ein Drache getroppt vom Himmel, wie die Luftwaffe. Das ist eine Krabbe. Also, ich glaube, die Krabbe versteckt sich da. Wo viele Leuchtschädel hier? Okay, ist da halt einfach mein Drache getroppt? Ja, warum auch nicht? Woher auch immer da kam, irgendwo dort oder so. Keine Ahnung. Äh, da ist er. Äh, okay. Hat die Krabbe irgendetwas? Ja! Drei Pflanzen. Kann ich die Krabbe rauslocken? Mach ich mal. Kann ich ein paar Pflanzen haben? Steckst du fest? Nein, 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 nein. Du steckst nicht fest. Ah, als ob die Krabbe einfach mal ein Dings, äh, Baumfels vorbeilaufen. Dankeschön. Die Krabbe kann klettern, das ist ja schön für die Krabbe. Ah ja, Tränke. Stimmt, ich hatte ja Tränen. So, ich kann einfach X drucken, das ist sehr cool. Äh, was haben wir hier? Minenschacht. Wie lange nehme ich schon auf? Passt eine Stunde. Okay, folgendes. Wie es weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge, äh, wir haben, ja, wir sind in einem Wald gelandet, haben dort Fuß gefasst, äh, haben eine unterirdische Ruine gefunden, die sehr gefährlich ist für unsere Verhältnisse zu diesem Zeitpunkt, und einen Drachen gefunden. Äh, ja, bis zur nächsten Folge, mal gucken, wie es hier weiter geht. Tschüss.